In der Nähe von Kühlungsborn ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Beim Zusammenstoß zweier Autos gab es vier Verletzte, darunter eine Mutter mit Zwillingen. Ein Baby musste reanimiert werden. Das Unglück hatte sich nach Polizeiangaben gegen 15.30 Uhr ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen kam eine 38-jährige Frau mit ihrem VW Passat, in dem sich zwei anderthalbjährige Zwillinge befanden, aus Steffenshagen und bog kurz vor der Einmündung zur L12 nach links in Richtung Wittenbeck ab. Dabei beachtete sie nicht den entgegenkommenden 36-jährigen Fahrer eines Mercedes, der von der L12 kam und in Richtung Steffenshagen abog. Es kam zum folgenschweren frontalen Zusammenstoß. Während die jeweiligen Autofahrer mit leichteren Verletzungen davon kamen, wurde der Sohn der 38-Jährigen lebensbedrohlich und dessen Schwester schwer verletzt. Nachdem der Notruf verständigt wurde, traf eine Vielzahl an Rettungskräften an der Unfallstelle ein. Neben mehreren Rettungswagen, drei Notärzten, der Polizei und der Feuerwehr eilten auch drei Hubschrauber zur Unglückstelle. Das eineinhalb Jahre alte Kind musste wiederbelebt werden. Es wurde im Anschluss in ein Krankenhaus geflogen. Dazu jetzt Benjamin Lübcke von der Polizeiinspektion Güstrow. Es war zunächst so, dass ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Güstrow als erstes vor Ort eintraf. Der traf im Rahmen der Streifentätigkeit auf diesen Unfall, kam auf diesen zu. Und der Kollege führte dann auch zunächst Reanimierungsmaßnahmen bei dem Kind durch. Und im Zuge dessen trafen dann immer mehr Rettungskräfte vor Ort ein. Wir sind da jetzt natürlich dran in der Nachbereitung. Wie man sich vorstellen kann, ist es für jeden nicht einfach, so etwas zu verdauen, mal ganz plump gesagt. Wenn man sich selbst in die Situation versetzt und auf eine Unfallstelle zukommt, erste Hilfe leistet, dann ist das für jeden, glaube ich, egal ob Polizist oder nicht, eine Herausforderung. Ob nur in der Situation vor Ort, wo wir eventuell besser auch geschult sind dann noch, oder halt auch im Nachhinein, um es dann zu verarbeiten. Die Unfallstelle blieb zeitweise gesperrt. Die Polizei erhielt im Rahmen der Ermittlungsarbeit Unterstützung von einem DEKRA-Sachverständigen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei erhielt im Rahmen der Ermittlungsarbeit Smartици嘆 in der Ermittlungsarbeitung. Untertitelung des ZDF, 2020